Hallo? Hallo? Test, Test, Test? Ahoy! Hola, Senora! Hallo und herzlich willkommen zu keiner neuen Folge von FestGrabbleTV, denn dies ist nur eine Testaufnahme, um zu testen wie der Tod von dieser Kamera ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen bei FestGrabbleTV. Wir möchten euch diese Woche... Ja, da siehst du... Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fest... Warte, Sabet, willst du eigentlich den Stirnband wegpacken? Ist das wirklich? Okay, hallo und herzlich willkommen zu... Henning! Äh, pass auf jetzt das Intro, weil wir ja ganz viel Filmzeit haben. Und dann nehmen wir euch mal mit. Entschuldigung! Entschuldigung! Du hast mir das Wort geklaut! Wenn ich aufhöre, fängst du an zu reden. Du, Sabet, ich habe gehört, ihr wart in Berlin. Und was habt ihr denn da gemo... Nochmal. Rudern. Segeln. Volleyball. Fitness. Hey, ich dachte... Und Faustball. Warte, nochmal. Ich! Ja, wie läuft's denn da? Ja, ganz gut. Das war ja wohl die schlechteste Antwort, die man sich hätte nur vorstellen können. Ja. Schlau! Ehh! Ehh! Ähh, wollen wir... Ich weiß nicht. Wollen wir das mit der Berufsstelle... Ah, ich habe verstanden, wofür das Ding ist. Ja, ich weiß nicht. Ich will irgendwie anfangen oder was? Heavy packing. Heavy packing. Wie wird's denn hier im Saal ablaufen? Erzähl doch mal. Ja, neben unserem super tollen Weihnachtsmarkt gibt es natürlich unser Kaffee und Tee... Scheiße! Und ja, dann erzähl doch mal... Wie ist es... Nein, scheiße! Ja, was wird es denn hier im Saal geben? Ja, hier in unserem Café gibt es unser, wie natürlich immer vorhanden, unser breitgefächertes Kaffee und Tee-Angebot, das ein oder andere Bierchen oder das nochmal ein Wein sein. Um nicht zu vergessen gibt es aber die... Nein! Nein! Als Special Angebot mit Stimme. Und damit, wie war's? Es war super toll! Pulver, Tortenguss und Panellepudding. Rüber! So, hier haben wir jetzt nochmal unsere Vorband Helma und ja, wie hat euch denn das Konzert gefallen? Sehr gut! Hey Lisa, hast du Spaß? Jaaaa! Wir fahren! Das ist ein bisschen Spaß. Löffel für Löffel. Wir geben jetzt... Löffel für Löffel in den Teig, ne? Ja, nee! Ja, das war gelöst! So, und jetzt da verweigelt die Naschkatze, die meine Hüse abschlecken. Fingergelenk beim Reiten auf mein Knie gestern. Okay! Ja, klar! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! So, wir hoffen es hat euch gefallen. Ganz schlechtes Teil. Ja, ganz gut. Wir hoffen es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Nein! Und nicht vergessen, am 3.12. um 20 Uhr spielt... Scheiße, ich bin der Naschkatze, wie ihr in den Arm... Nein, Freunde! Was ist denn? Ich habe aus Versehen die Aufnahme gestorben. Oh nein! Fertig.